Hallo liebe Theaterfreunde, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung Rampenfieber, dem Magazin des Theaters Trier. Mein Name ist Tim Ulrich Stöneberg und warum ich so komisch aussehe, wird sich im Verlauf der Sendung noch klären. Aber jetzt kommen wir erst einmal zu unserer neuen Oper, The Voyage. Und da bleibt mir nicht viel zu sagen als Bon Voyage. Philipp Klass ist ja erst einmal ein weltbekannter Komponist. Ich habe noch nie mit Musik von Philipp Klass gearbeitet, obwohl das viele meiner Kollegen, Choreografenkollegen tun. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Und erst einmal, ja, es ist ein Name, es ist die deutsche erste Aufführung. Das ist natürlich, das ist aber nicht der einzige Grund, sondern weil ich glaube, dass gerade dieses Stück einfach für mich als Choreografin und auch Regisseurin, das ist ja nicht meine erste Oper, die ich inszeniere, wo ich beide Seiten wunderbar einbringen kann. Und wo das so dermaßen verschmilzt oder auch das Inhalt meines Konzeptes ist, dieses Verwobene von Sängern, von Chor, von Tänzern. Es gibt eine Klammer, das ist so ein, der Prolog und Epilog, die, ich sag mal, handlungslos sind, wo reflektiert wird über alles Mögliche im Leben, über sich selbst, über Entdeckung, über Erkenntnis. Dann die zweite Klammer ist eine Landung eines Raumschiffes von Außerirdischen, die dann auf der Erde bleiben. Die haben einen Richtungskristall, der wird geteilt. Jeder nimmt ein Stück mit. Das sind vier Personen. Und das heißt, dass, wenn der Kristall wieder, wenn die Teile sich wieder finden, sie auch wieder nach Hause, den Weg nach Hause finden werden. Das Zentrum des Stückes bildet eine historische Situation, nämlich Kolumbus auf seiner Fahrt nach, Anführungsstriche, Indien, am 32. Tag, wo er, ja, wo die Mannschaft schon, die haben nichts mehr zu essen, meutern. Und er, ja, er denkt über seine Verantwortung nach, über sein Verhältnis zu Gott, über seine Gläubigkeit, über seine Gönner, Isabella, oder Gönnerin Isabella, die ihm auch als Vision erscheint. Und das steht im Zentrum quasi Kolumbus als Prototyp des Entdeckers schlechthin. Niemand braucht Angst haben davor, dass jetzt eine total neue, moderne Musik, sicher hat die, ist es etwas Neues, aber sie kommt eher daher wie eine Hollywood-Filmmusik. Also es gibt da ganz wunderbare Arjen mit total melodischen Passagen. Und dieses Minimal heißt ja auch repetitiv. Also es wird immer wiederholt. Es werden kleine Sequenzen immer wiederholt. Und es kriegt dann in speziellen Stellen so eine große Suggestivkraft. Ich habe dort alles reingeworfen, was mir also inhaltlich, intellektuell und auch von Bildern her, die mir da vom Auge schweben, was da möglich war. Das war auch eine große Herausforderung und ist eine große Herausforderung für alle anderen natürlich ebenso. Auch für die Technik etc. Also da ist der ganze Betrieb auf Beinen. Aber das erfordert einfach die Dimension dieses Stückes. Musik . Musik 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 Ja, zo, genoeg, opa. Jetzt kommen wir zur Auflösung, warum ich diese Punker-Frisur habe. Und zwar werde ich in der Kunstakademie ein Ein-Person-Stück spielen. Ein Monolog von Nick Hornby, und zwar den Nipple-Jesus. Warum das Stück Nipple-Jesus heißt? Naja, es ist ein Jesus-Bild aus ganz vielen Brustwarzen gemacht. Und um dieses Bild handelt es sich, weil sich nämlich der Nick, den ich da spielen werde, mit diesem Bild auseinandersetzt. Und Nick ist eigentlich Türsteher und wir haben versucht, mit ein paar Vorurteilen, die man so von Türstehern hat, ein bisschen umzugehen. Aber viel mehr zu diesem Thema kann uns die Regisseurin sagen. Britta Benedetti. Und hinter mir sitzt sie auch schon. Hallo Britta, wie war das denn, mit dem Hauptdarsteller zusammenzuarbeiten? Ja, das war eine total coole Zusammenarbeit. Macht wirklich sehr viel Spaß. Hätte jetzt auch nichts anderes sagen dürfen. Nein, das kann ich nur bestätigen. Nipple-Jesus, was erwartet die Leute? Ja, genau das, was du vorhin in der Moderation schon gesagt hast. Das erwartet die Leute. Vorurteile gegen moderne Kunst, so wie man Vorurteile hat, vielleicht gegen die Figur von Nick von Anfang an. Ist es normales Theater oder haben wir mit Überraschungen zu rechnen? Oh ja, mit sehr vielen Überraschungen. Nämlich wir benutzen den ganzen Raum hier in der Europäischen Kunstakademie. Die Leute dürfen sich dann alles angucken und machen eine Reise durch die moderne Kunst. Und am Schluss gibt es dann eine große Überraschung. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich freue mich sehr darauf. Komm, du hast nochmal die Chance jetzt richtig Werbung zu machen. Warum sollen die Leute kommen? Außer natürlich, um mich anzuschauen. Was gibt es noch? Also ich finde, die Leute sollten kommen, weil sie hier wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis haben werden. Und sehr viel Spaß, sehr viel Humor und Witz. Und dafür werde ich sorgen. Vielen Dank, Britta. Und können wir jetzt weiterarbeiten? Oder wollen wir noch ein paar Ausschnitte zeigen? Dann machen wir das jetzt. Also gehe ich näher an das Bild ran. Und da stelle ich fest, dass das alles kleine Quadrate sind, aus denen das Bild gemacht hat. Und auf jedem dieser Quadrate ist eine weibliche Brust. Sie kennen doch diese Bilder mit diesen zigtausend Punkten da. Genau so ist dieses Bild auch. Nur, dass jeder dieser Punkte eine Brustwarze ist. Ein Nippel. Und so heißt das Ding dann auch. Nippel Jesus. Da gibt es große Brüste, kleine Brüste, schwarze Brüste, weiße Brüste, große Brustwarzen, kleine Brustwarzen. Auf manchen Bildern sind bis zu vier Brustwarzen drauf. Und dann gehe ich noch mal näher ran. Und dann stelle ich fest, dass das alles aus Pornoheften ausgeschnitten ist. Das Ganze hat der Typ aus Pornoheften ausgeschnitten und aneinandergeklebt. Da muss der Jahre für verbraucht haben. Und jetzt verstand ich, warum das Verbotsschild draußen vor der Türe stand. Und ab da hasste ich das Bild. Zwei Minuten vorher habe ich es noch gemocht. Jetzt hasste ich es. Und den Typ, der das gemacht hat, den hasste ich auch. Aber bleiben wir mal bei der Wahrheit. Ich bin 38 Jahre alt, habe keine Qualifikation, keine Ausbildung. Da kann ich nur von Glück reden, dass ich vor dem Club irgendwelchen Koksnasen eines auf die Schnauze hauen darf. Wenn Rosa jemanden fragt, was ihr Mann macht, dann sagt sie, Mein Mann, der ist Sicherheitsbeauftragter. Wenn ich das will, muss ich immer lachen. Sag ich, nee Schatz, bin Türsteher. Wenn sie heute jemanden fragt, dann sagt sie bestimmt, Mein Mann ist Kunstexperte. Ich sitze hier gerade in der TUFA, eben noch in der Kunstakademie und jetzt schon in der TUFA. Weil hier werden wir gleich Theatersport spielen. Und ich überwache ein wenig den Aufbau. Da kommt auch gerade der Musiker. Na, die Leute sind noch nicht da, aber die werden gleich noch eintreffen. Tracy Letts Schauspiel, eine Familie, behandelt eben eine Familie. Ich habe eine große Familie. Ich habe drei Schwestern und vier Brüder. Das ganze Schauspielensemble ist in diesem Stück vertreten. Bis natürlich auf mich, weil ich spiele ja den Nipple Jesus in der Kunstakademie. Oberhaupt der Familie ist Violet Weston, die von der bekannten Schauspielerin Diana Körner gespielt wird. Nach einer Probe haben wir mit ihr gesprochen. Wenn ich meine Mutter Lübterin genannt hätte, dann hätte sie mir den Kopf an den Schultern geschlagen. Ich habe gesehen, dass du Beverly's Unterlagen durchgesehen hast. Ah, nicht komplett. Hast du einen Schatz gehoben? Nicht ganz, aber es sieht so aus, als hätte er neue Gedichte geschrieben. Wirklich? Ja, ich habe ein paar Notizen. Ihr Mädchen wisst, das ist ein Testament. Macht. Ja, es ist schon lange her, dass wir uns darum gekümmert haben, aber macht doch über Wollnitz. Aber ich will darüber reden. Interessiert eigentlich irgendwen, wo man sich reden will? Ich komme vom Theater. Ich habe in Oberhausen angefangen und bin dann an ein Schiller-Theater gegangen, zu Barlock. Und dann habe ich unter Nölt in Hamburg gespielt und unter Schweigart. Also ich habe sehr viel Theater gespielt. Und auch als ich dann freiberuflich war und Film und Fernsehen gemacht habe, habe ich trotzdem jedes Jahr eins bis zweimal Theater gespielt. Ich würde erst mal sagen, das ist im besten Sinne des Wortes Unterhaltungstheater. Aber in, also einzureihen in Tennessee Williams und O'Neill mit einer absolut hohen Qualität, hat wunderbare Dialoge, traumhafte Rollen geschrieben. Die Rollen sind eigentlich alle ganz toll. Die sehr viel Höhen und Tiefen haben, also für Schauspieler quasi gefundenes Fressen. Es, ja, es ist eine Familie, die irgendwo gefangen lebt, in einem Haus, also in innerer Gefangenschaft und wo sich die ganze Problematik dieser Familie durch dieses Stück wurd. Das Großartige an diesem amerikanischen Unterhaltungstheater, weil man darf nicht vergessen, die haben ja immer geschrieben, für nicht subventionierte Häuser. Das heißt, die mussten immer gucken, dass die ihre Häuser vollkriegen. Hier sind die Häuser teilweise subventioniert und da kannst du spielen rauf und runter. Aber dort hat das eben, liegt eine sehr große Stärke darin, auch so zu schreiben, dass die Leute gebannt und gefesselt im Kino sitzen. Außerdem ist das jetzt verfilmt worden, auch mit Meryl Streep und Julia Roberts, das wird im Herbst dann gezeigt. Also das hat, das ist ein unglaublich kraftvolles Theater. Diese Tischszene ist auch gleichzeitig das Ende des Zusammenhalts, weil die Menschen doch so viel aneinander vorbeigelebt haben und so viel Unterschwelliges ist, was da in dieser prekären Situation der Beerdigung zum Vorschein kommt. Und das verkraften die Kinder nicht, eine Mutter zu haben, die in derartiger Direktheit und in Wahrheit, obwohl man nach der Wahrheit nicht gefragt wird, ist es oftmals grausam, wenn man sie von sich gibt. Und so ist es hier. Und ich glaube daran, die Kinder können sich nur noch retten, wenn die eigentlich von der Mutter flüchten. Heute ist alles ganz auf schnell, schnell, schnell beim Fernsehen und beim Theater. Wir haben ja auch ganz wenig Zeit, also vier Wochen ist wirklich die unterste Grenze. Aber wir haben ja einen Regisseur, den Alexander May, den ich geradezu hier lieben gelernt habe, der mit einer ungeheuren Qualität und Vorbereitung an diese Sache rangeht. Und was das Tolle ist, man diskutiert jede Unklarheit aus. Und dadurch, wenn einem das alles klar ist, hast du auch einen besseren Zugang zu so einer Rolle und auch zu den anderen Rollen. Also wir haben eine Figur ganz gestrichen, was mir sehr, sehr wehgetan hat. Aber im Sinne der Zuschauer hier in Trier habe ich gedacht, es macht keinen Sinn, weil wir auch viele Gäste von außerhalb haben, die weiter Anfahrtswege haben, dass man dem Abend den Raum gibt, der ihnen eigentlich gebührt. Und wir haben aber eine ganz knappe, flotte Fassung gemacht, in der alles das stattfindet, was dieses Stück erzählt und in der auch die Atmosphäre den Raum bekommt, die es braucht, sich entfalten zu können. Und ich bin mir sicher, die Zuschauer, die das Stück nicht kennen, die werden nicht merken, was weg ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich einen Freund habe, aber ich habe Ihnen nicht gesagt, wer es ist. Ich sage dir das nur, falls Sie Fragen stellen. Ich bin in Konz groß geworden, die ersten 20 Lebensjahre und aber in Saarburg geboren. Also ich hätte dich an den Kinder-Tisch gesessen, aber Sie haben mich nicht gelassen. Das wäre in Ordnung gewesen. Wo soll er denn hin? Ach, ganz egal. In Trier habe ich ganz viele Freunde. In Trier habe ich die Steinmetz- und Steinbildhauer-Ausbildung gemacht. Dann gibt es hier unseren ganzen Familienclan, der in der Region lebt. Und dementsprechend meine Eltern haben jeweils ein Unternehmen. Mein Vater ist Heizungsbauer, meine Mutter Friseurin. Und die haben jeweils Geschäfte. Dementsprechend gibt es ganz viele Kunden und Freunde meiner Eltern, die sich schon darauf freuen, mal ins Theater zu kommen und ein Stück von dem Sohn vom Mai zu sehen. Bisher habe ich inszeniert die Räuber als Projekt mit Hartz-IV-Empfängern und als Kooperation mit dem Theater, der Kochstiftung und der Arge. Das Zent habe ich das Glück gehabt, im Burgtheater gelernt zu haben. Dann habe ich in Berlin unter Schlingensief assistiert und unter Dorn im Resi, also in großen Städten und in großen Häusern. Und da auch meine ersten Inszenierungen gemacht und bin dann praktisch seitdem im Geschäft und habe dann im Staatsjahr in Nürnberg, in Augsburg, in Zukunft auch in Osnabrück. Ich glaube, die interessanten Dinge, die in einer Familie passieren, finden alle bei uns heute, also an dem Abend statt. Tracy Letts hat ein Stück geschrieben, was dadurch besticht, dass es eine sehr, sehr komische Welt innerhalb einer Familie beleuchtet und ganz schreckliche Dinge passieren, aber die alle irgendwie auch sehr komisch sind und die, glaube ich, auch jeder kennt. Also dieses Ensemble ist großartig, macht großen Spaß mit den Schauspielern zur Arbeit und die haben sich in der sehr schnellen Zeit auf mich und meine Art zu arbeiten eingelassen. Und gerade, also eine der Qualitäten, die mich sehr begeistern, ist, dass es hier auch möglich ist, sehr minimalistisch zu arbeiten, also filmisch zu arbeiten. Reingehen, 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 Sie werden begeistert sein. Man sollte sich eine Familie anschauen, um über all die Dinge mal herzhaft lachen zu können, die einem zu Hause im Privaten auf den Keks gehen. Allein von der Thematik und von dem, was man da sieht und von diesem, wirklich von diesem voyeuristischen Aspekt heraus, das ist Vollbluttheater. Und er ist ein anerkannter und prämierter Dichter geworden. Ihr Kinder hatten alle eine Hochschulausbildung und die habt ihr selbstverständlich hingenommen. Und was ist das euch geworden? Wer bist du? Wer bist du? Was bist du? Also ich sitze hier in der Garderobe der Tuchfabrik, kurz vor Theatersport und der Saal füllt sich langsam. Aber da werden wir auch gleich nochmal gucken gehen. Aber ich muss noch eine Ansage machen. Und zwar auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Kooperation mit der Universität Trier. Die studentische Theatergruppe Bühne 1 probt schon fleißig im Studio. Und zwar für das Stück, genannt Gospodin. Rampenfieber war dabei. Und das, hat er gedacht, ist ihm wahrscheinlich passiert. Er kennt das ja. Aber es ist ihm halt noch nie passiert, dass er danach nicht mehr wusste, worüber er sich so aufgeregt hat. Und so war das da. Damals, am Anfang. Die Bühne 1 ist ein Kooperationsprojekt des Theaters Trier mit der Universität und mittlerweile auch der Fachhochschule Trier. Wir führen bereits zum dritten Jahr dieses Jahr ein Stück hier an der Studiobühne des Theaters auf. Die Akteure sind alles Studierende der Universität. Und wir haben dann aber auch noch weiterhin Unterstützung von motivierten Leuten der Fachhochschule, die uns gerade im Bereich Grafik und Design, Bühnenbau etc. tatkräftig zur Seite stehen. Also initiiert wurde das Ganze im Fachbereich Germanistik auf Anraten und tatkräftige Unterstützung von Professorin Schössler. Unter den Studierenden sind allerdings Leute aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Also es sind nicht nur Germanisten dabei, auch wenn viele sich natürlich dem widmen. Aber es sind auch noch Slavistik haben wir mit dabei, Juristen. Ich selbst studiere Politikwissenschaft. Also es ist ein ganz breites Spektrum an Leuten, die sich für Theater begeistern. Das ist dann die Gemeinsamkeit, die uns alle hier hinführt. Ja, die Gruppe ist ein wenig kleiner als im letzten Jahr. Dennoch haben wir dieses Jahr acht Schauspieler, die spielen, sowie noch zwei Helfer für Bühne und Grafik und unseren Helfer für die Pressearbeit und das Kostümbild. Und wir sind zu dritt in der Regie. Grundsätzlich sind wir immer offen für Leute, die motiviert sind und Lust auf Theater haben. Dieses Jahr ist es natürlich ein bisschen spät. Ich führe dieses Jahr zum ersten Mal Regie. Ich hatte das große Glück, vorher auch schon in verschiedenen Theaterproduktionen, sowohl als an der Schule, teilzunehmen. Ich war letztes Jahr eigentlich mehr durch Zufall auf Bühne 1 gestoßen und bin hier sozusagen quer eingestiegen. Und freue mich sehr, dass mir dieses große Vertrauen entgegengekommen ist. Und für die Regie allerdings nicht ganz alleine. Ich habe ganz tolle Unterstützung zum einen von Doris Buchberger. Sie ist nicht mehr an der Uni, sondern Theaterpädagogin. Und der Sebastian Stemmler, der auch eigentlich seit der ersten Produktion bei Bühne 1 dabei ist. Es gibt große Schlagworte, die über dem Stück stehen. Das sind zum einen die Freiheit, die Individualität und vor allen Dingen die Unabhängigkeit des Menschen. Und was macht einen Menschen aus, damit er sich frei, unabhängig und als sich selbst wahrnimmt? Unser Protagonist Gospodin findet einen Weg, einen sehr ungewöhnlichen. Er möchte unabhängig vom kapitalistischen System sein. Das heißt, er möchte frei von Besitztümern und Geld leben. Versucht dies zunächst, um mit einem Lama seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, was leider nicht funktioniert, wie er sehr schnell feststellt. Und auch ansonsten werden ihm aus seinem sozialen Umfeld immer wieder Steine in den Weg gelegt, dieses Ziel zu erreichen, diesen Lebensweg zu verwirklichen. Aber er hält trotzdem standhaft daran fest, ob ihm das gelingt, das möchte ich hier natürlich gerne offen lassen. Nur so viel sei gesagt, dass es am Ende gar nicht so einfach ist, sich für eine Ideologie zu entscheiden, ohne die vielleicht doch mal zu hinterfragen, ob es nur Schwarz und Weiß gibt. Heute haben sie mir... Sie haben es weggenommen. Und es war meine Lebensgrundlage. Annette! Hermann war heute hier. Er wollte den Verstärker ausleihen. Annette! Mein Lama ist mir heute weggenommen worden. Ich habe gesagt, es stört dich sicher nicht, Hermann. Es ist doch recht ordentlich. Weißt du noch, als wir in Spanien im Urlaub waren, da hat er unser Zelt abgewaschen, weil wir unter einer harzenden Zikade geschlafen haben. Zypresse. Er hat es mit seinen eigenen Händen abgewaschen. Eine Zikade ist ein Insekt. Dabei hat er es somit der Haut. Außerdem war das Seizelt. Er konnte sich zwei Wochen lang nicht das Gesicht waschen. Konnte er doch. Und er hat mal einen Waschlappen mit benutzt. Das glaube ich nicht. Doch, er wollte nur nicht, dass er es wisst, weil er so beeindruckt war, wie er ihn in seiner Selbstlosigkeit bewundert hat. Ist ja wieder typisch für dich. Annette, ich will dir eigentlich was ganz anderes erzählen. Dein Freund, ja. Der vertraut dir ein Geheimnis an und du plapperst es raus. Der Urlaub ist drei Jahre her. Und seid ihr keine Freunde mehr? Natürlich. Aber es geht um nichts Persönliches. Es geht ihr nicht um seinen Schwanz. Du bist so eklig. Ja, ich trommel mich schon mal warm, weil gleich geht es ja wieder ab bei Theatersport. Und dann will ich natürlich meine Trommelmuskeln gestählt haben. Aber hier noch schnell eine weitere Moderation. Oh, hier geht es schon richtig los. Also, Moderation 5. Krieg. Ein für die Jugend unterschätztes Thema, aber weltweit immer wieder aktuell. Begleitend zu unserer Produktion Mutter Courage im Großen Haus hat der Theater-Jugend-Club ein Projekt mit dem Titel Courage Kinder vorbereitet, das im Rahmen der gewaltpräventiven Wochen der Stadtjugendpflege in der TUFA aufgeführt wird. Wir waren natürlich bei den Proben dabei und haben die Theaterpädagogin Silvia Martin getroffen und die Regisseurin Judith Kribel. Viel Spaß dabei. Das Projekt hat seinen Anfang genommen beim Theaterfest. Wir hatten mit der Judith Kribel zusammen und der Barbara Uhlmann eine Passage für das Theaterfest erarbeitet mit den Jugendclub-Mitgliedern zu Mutter Courage. Und dann entstand die Idee, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, und zwar mit dem Thema Krieg. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich aus mit Jugendlichen heute? Die sind eine Generation, die nie mit Krieg in Berührung gekommen sind. Ist das überhaupt ein Thema für sie? Gewalt ist ein Thema generell in unserer Gesellschaft, aber Krieg eben nicht. Und auch die Eltern der Jugendlichen, die am Jugendclub teilnehmen, haben Krieg selbstpersönlich nicht erlebt. Eventuell noch die Großeltern als Kinder, aber das ist auch schon eine lange Zeit her. Und wir haben gedacht, wir wollen das Thema einfach von verschiedenen Seiten, beziehungsweise von der Seite der Jugendlichen beleuchten. Und haben uns Texte aus Mutter Courage vorgenommen, aber eben auch andere Texte. Wir haben improvisiert zu dem Thema Krieg, sodass auch eigene Gedanken von den Jugendlichen in die Collage eingeflossen sind. Also im Jugendclub-Projekt dieses Jahr machen neun Jugendliche mit. Im Alter so etwa von 15, 16 sind die meisten alt. Und unser Projekt heißt Courage Kinder, weil es ausgehend von dem Stück Mutter Courage, aber eben den Fokus setzt auf die Kinder. Wobei wir also auch sehr weggehen vom Text, also von Mutter Courage und mit vielen anderen Situationen und Texten uns beschäftigen. Immer eben unter dem Gesichtspunkt, was macht Krieg mit Kindern, was macht Krieg mit Jugendlichen? Was gibt es da für Biografien? Die Jugendlichen haben über einen langen Zeitraum sehr frei gearbeitet zu den Themen Krieg und Frieden, sind ganz assoziative Sachen entstanden. Und ich denke, das ist ganz spannend, sich anzuschauen. Das sind ja keine Profis, also es ist natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn man eben mit professionellen Schauspielern arbeitet. Man muss sich sicherlich anders einlassen auf die Jugendlichen, dafür haben die aber auch noch eine ganz andere Energie. Sehr viel Spielfreude, das macht total Spaß, gerade eben auch mit Improvisation zu arbeiten mit den Jugendlichen. Die haben auch sehr viele eigene Ideen eingebracht, selber recherchiert nach Texten, Bildern, ihre eigenen Assoziationen zusammengetragen. Das war auch, was uns wichtig war, dass es eben nicht von, also eben nicht, sagen wir mal, von der Regieseite aus funktioniert das Stück, sondern dass wirklich die beteiligten Jugendlichen selber mit dem, was sie interessiert, da reingehen. Und eben in der Improvisation ist eben aus dem Material, was wir mitgebracht haben und dem, was die Jugendlichen eingebracht haben, einer Collage entstanden, die, glaube ich, wirklich ganz spannend anzuschauen ist. Wir haben keine Zeit, komm, was wollen wir deiner Mutter ausrichten? Ach, sag dir, es war nichts anderes. Sag dir, es war dasselbe. Oder sag dir gar nichts. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, meine Damen und Herren, wann immer Sie eingeschaltet haben. Die Nachrichten. Foyer. Wer nicht genug von Bertolt Brecht bekommen hat, obwohl er schon eine Mutter Courage gesehen hat, kann sich am 7.05. noch eine Brecht Late Night verinnerlichen. Brecht von A bis Z Late Night. Heiteres, Kurioses und Bissiges von Bertolt Brecht. Ach so, ich höre gerade, die Termine werden unten eingeblendet. Dann weiter im Foyer. Als Rahmenprogramm zu unserer Oper The Voyage, also The Voyage, bietet Musikdramaturg Peter Larsen eine Columbus Late Night an. Für alle, die nicht schlafen können. Um 2 Uhr morgens kam das, ich weiß, das ist auch noch, okay, weiter geht's. Großes Haus. Ole, ole. Spanien sieht in die Trierer Welt Musikerei ein. Der Gitarist Juan Carmona lässt mit seinem Ensemble, gebarten mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier, unter der Leitung von Gines Heral, Musikdirektor Victor Pühl, die Seiten krachen. Nochmal Foyer. Märchen aus der Zaubertüte. Wie immer fantastisch interpretiert von der Musiktheatergruppe Pastorella. Zur Kultur. Der Deutsche Kulturrat ruft bundesweit zum Tag für kulturelle Vielfalt und gegen Kulturabbau auf. Am 21. Mai 2011 finden unter dem Motto Kultur gut stärken im gesamten Bundesgebiet Veranstaltungen statt. Auch das Theater Trier beteiligt sich mit mehreren Aktionen und Veranstaltungen. Unter anderem wird es eine Menschenkette aus Ensemble-Mitgliedern und Theatermitarbeitern geben. Großes Haus. Unser neues Familienkonzert entführt Sie und Euch über den großen Ozean in die neue Welt. Amerika, Amerika. Studio. Was macht eine Witwe aus? Die Bühne 60 Plus des Theaters Trier hat sich mit diesem Thema beschäftigt und klärt das Publikum mit viel Humor darüber auf. Schaut mich doch an. Ohne Mann bist du doch nichts. Oh, die Leute, die haben alle immer gut reden. Macht doch mal ein Jahr überhaupt gar nichts, haben sie alle zu mir gesagt. Es gab Neuzugänger und ein paar Leute wollten nicht mehr mitmachen. Also es ist von der Anzahl ungefähr gleich geblieben. Wir sind 13 und das ist unsere Glückszahl, würde ich sagen. Natürlich habe ich gesucht, was es für Themen gibt, die ältere Leute interessieren oder die Menschen überhaupt interessieren. Da habe ich gefunden Witwendramen und das hat mir so gut gefallen, weil es eine Mischung aus komödiantischen Szenen ist, aber auch teilweise nachdenklichen, traurigen Szenen. Die Szenen sind relativ kurz, werden aneinander gehängt, sodass man auch viele unterschiedliche Charaktere zeigen kann, viele Personen einbringen kann. Und ich dachte mir, das wäre was für unsere Truppe. Wir machen auf jeden Fall weiter und Neuzugänge sind auch immer herzlich willkommen. Vor allen Dingen männliche Neuzugänge, weil wir in vielen Theatergruppen haben wir einen weiblichen Überschuss. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber wir würden uns natürlich über einige Männer freuen, die unser Team noch verstärken. Großes Haus. Einen Vorgeschmack auf die neue Spielzeit gibt es am 29. Mai in der Theater-Martiné. Abos können dort gezeichnet werden und das neue Spielzeitheft gibt es auch. Christkönig. Feiern mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier. In der Pfarrei Christkönig in Trier-West wird gegrillt, gechillt und musiziert. Großes Haus. Bühne frei für die Schüler. Am 30. und 31. Mai entern sie die Bühne und den Zuschauerraum beim 5. Schüler-Theater-Festival. Montags gibt es kinderfreundliche Stücke, präsentiert von Grundschulen. Am Dienstag treffen abstrakte Collagen auf Klassiker, wenn die weiterführenden Schulen die Bühne übernehmen. Zum Wetter. Ja, der Frühling lässt grüßen. Es wird wärmer, wärmer, bald ist's heiß. Ja, und schon wieder geht eine Rampenfiebersendung zu Ende. Freuen Sie sich auf die nächste, da werden wir nochmal zum Saisonanschluss richtig Gas geben. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als das, was ich immer sage. Machen Sie es gut oder machen Sie es besser. Gehen Sie ins Theater. Ihr Tim-Olrik Stöneberg. Ach ja, und wir sehen uns bei Nippel-Jesus. Nicht vergessen.